Sprüche 17, Vers 11. Nur Aufruhr sucht der Böse, aber ein grausamer Bote wird gegen ihn gesandt. Das Wort Aufruhr hier bedeutet auch Rebellion, Ungehorsam. Das hängt eng miteinander zusammen. Rebellion. In vielen Kontexten in unserer Gesellschaft, in unseren Filmen, in unseren Geschichten, die wir lesen, auch in den Nachrichten, in den Live-Nachrichten aus aller Welt, kommt es immer wieder vor, dass wir von Aufruhr, von Rebellion hören. Und es ist interessant, in unserer Zeit ist es meistens so, dass die Rebellen die Guten sind. Die Rebellen sind die Guten, die Bösen sind die Herrschenden, die die Macht haben, sind die Bösen, die Rebellen, die sich dagegen auflehnen, sind die Guten. Nur Aufruhr sucht der Böse, sagt Gott. Sagt Salomo seinem Sohn, der König Salomo, der die Macht von Gott empfangen hat im Volk Israel, sagt es zu seinem Sohn, der auch König werden soll. Nur Aufruhr sucht der Böse. Die Rebellen sind doch die Guten. In unserer Gesellschaft gibt es etwas, was eine vorherrschende Denkrichtung, die dazu führt, dass wir die Rebellen prinzipiell erstmal für die Guten halten. Wir leben in einem Land, in dem die individuelle Freiheit, die Freiheit des Einzelnen, ja, im Grunde für viele Menschen das höchste Gut ist. Das Wichtigste ist, dass ich frei bin. Und frei bedeutet, dass ich bestimmen kann. Dass ich der Herr meines Lebens bin. Das hat eine lange Geschichte, eine lange Tradition und es fängt an oder hat seine Anfänge genommen im 18. Jahrhundert in der sogenannten Aufklärung. Und unser Ziel, unser Leitbild in unserer Gesellschaft hat sich mehr und mehr geformt. Nämlich, dass es so wichtig ist, dass jeder Mensch, jeder einzelne Mensch in diesem Land frei ist. Autonom. Die Autonomie des Subjekts. Der Einzelne soll autonom sein. Autonom heißt, kommt von Auto, also das Wort Auto kennt ihr ja alle, also es hat nichts mit dem Auto zu tun, sondern Auto heißt ja nur deswegen Auto, weil es das Automobil ist, das sich Selbstbewegende, was ja auch nicht stimmt. Also das Auto fährt ja auch nur durch Benzinkraft. Aber ja, es ist für das Auge sozusagen des Menschen erstmal so wie ein Wunder. Ja, dieses Ding bewegt sich von selbst. Man muss es nicht mit Menschenkraft antreiben, sondern es fährt einfach ein Automobil. Und autonom heißt, Auto selbst und Nomos ist das Wort Gesetz. Also, ich mache mir mein eigenes Gesetz. Ich bin mir selbst mein Gesetz. Autonom. Ich stehe nicht unter der Fuchtel von jemand anders. Ich bin kein Sklave. Und wir gehen ja gerade im zweiten Buch Mose Mittwochs durch die Geschichte des Sklavenvolkes. Und es ist ja so eine wunderbare Geschichte. Ja, das Volk Israel, das versklavt war unter der Herrschaft eines bösen Königs, eines Volkes, das sie niedergedrückt hat und sie zu Sklaven degradiert hat. Gott wollte sie befreien, sodass sie nicht mehr Sklaven sind, sondern freie Menschen. Das ist eine super, eine wunderbare Geschichte. Und in der Hinsicht hat Rebellion etwas Gutes. Es gibt eine gute Form von Rebellion. Eine Rebellion gegen böse Herrschaft. Es gibt böse Herrschaft in dieser Welt. Ja, Paulus sagt uns sogar, es gibt einen Fürsten dieser Welt, einen König, einen Gott dieser Welt. Der ist finster. Der ist böse. Und es gibt auch böse Regierungen in dieser Welt. Und gegen eine böse Regierung zu rebellieren, ist tatsächlich etwas Gutes. So sagt uns auch das Wort in Apostelgeschichte 5. Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich kann dir, Mensch, der du Herrschaft beanspruchst, nicht gehorchen. Es gibt ein Gesetz, was höher ist. Dem muss ich folgen. Und nicht dir, Mensch, der du Herrschaft beanspruchst. Insofern gibt es gute Rebellion. Das, woraus aber dieses ganze Denken der individuellen Freiheit, wie wir es heute in unserem Land haben, entsprungen ist, ist eine Weiterentwicklung, die sich nicht nur gelöst hat von böser Herrschaft, von menschlicher Herrschaft, wo Menschen darüber bestimmen, was ich denken soll, was ich glauben soll, wie ich leben soll. Diese Auflehnung, die hat es schon lange gegeben. Auch schon die Reformation ist davon geprägt. Luther hat gesehen, wie Menschen, andere Menschen unterjochen und ihnen sagen, was sie glauben, was sie denken und was sie tun sollen im Ablasshandel. Und Luther ist dagegen aufgestanden und hat gesagt, nein, das kann nicht wahr sein. So dürft ihr Herrschenden, diejenigen, die euch untergeordnet sind, nicht behandeln. Aber in wessen Namen ist er aufgetreten? Aus mit welcher Vollmacht konnte er das sagen? Mit welchem Ziel? Luther ging es nicht um die Autonomie des Subjektes, dass jeder Mensch frei bestimmen kann, was er denken, tun und machen will. Luther wusste ganz genau, wenn das so ist, wenn jeder frei selbst bestimmt, was er tun und machen kann und will, dann entsteht Chaos. weil das Trachten und Sinnen des menschlichen Herzens böse ist von Jugend an. Das ist nicht etwas, was Luther sich ausgedacht hat, sondern was in der Bibel steht. Der Aufruhr ist eben nicht damit beseitigt, dass böse Herrschaft beseitigt wird, einfach nur, sondern es braucht eine gute Herrschaft. Gott hat eine Schöpfung geschaffen, in der wir Menschen tatsächlich nicht Herren sind, ohne einen eigenen Herrn. Er hat uns geschaffen, damit wir über diese Erde herrschen, aber nicht aus Eigenmächtigkeit, in Eigenwillen. Nein, er hat uns als untergeordnete Wesen geschaffen. Wir sind Geschöpfe und es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Herrn, es gibt einen König, der über uns steht. Und es gilt diesem Gott, diesem Herrn, sich unterzuordnen. Und das ist die Ursunde schlechthin, dass Adam und Eva die gute Herrschaft Gottes, das gute Gebot Gottes verworfen haben, übertreten haben, dass sie eigenmächtig gehandelt haben. Ihre Rebellion und ihre Aufruhr war nicht gegen eine böse Herrschaft, sondern gegen unseren guten Gott und guten Schöpfer, der alles sehr gut gemacht hat. Es war die Sehnsucht danach, frei zu sein und selbst zu bestimmen. Diese Freiheit aber haben wir nicht bekommen. Sie ist nicht da, sie ist nur ein Trugbild. Denn alle Menschen, die sich frei machen oder lösen von der guten Herrschaft Gottes, und das haben wir alle getan, sie geraten in eine viel schlimmere Herrschaft, in eine viel schlimmere Sklaverei. Paulus sagt, die Sklaverei der Sünde. So sind wir alle im Aufruhr, in Ungehorsam, in Rebellion. Es ist die Rebellion gegen Gott. Lass uns mal ein Beispiel aus dem Alten Testament anschauen, in 1. Samuel 12. 1. Samuel 12 ist eine Situation, wo das Volk Israel, das im neuen Land lebt, Gott hat dieses Volk herausgeführt aus Ägypten, er hat sie befreit aus der Herrschaft des Pharao, aus der Sklaverei herausgeführt und hat sie an den Berg Sinai gebracht und hat einen Bund mit ihnen geschlossen, hat gesagt, ich bin dein Gott und du bist mein Volk und deswegen gebe ich dir jetzt ein Gesetz. Ich bin dein König, ich sage dir was Gutes, was Böses, ich bringe dich zurück in die gute Herrschaft Gottes. Das Volk hat oft rebelliert, hat oft darin versagt, Gottes Gebot Folge zu leisten und hier ist auch so ein Moment und das, was sie dazu bringt, hier einen Schritt zu tun, der Gott nicht wohlgefällig ist, ist, dass sie nach rechts und links schauen, dass sie ihre Nachbarn anschauen, ihre ungläubigen Nachbarn, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, dass du irgendwie aus dem Haus gegangen bist und da steht dieses wunderschöne, glänzende Auto deines Nachbarns. Denkst du, schicker Wagen, ich hätte ja auch gerne mal so einen. oder du kommst aus deiner Mietwohnung raus und neben dem Wohnblock steht dieses wunderschöne Einfamilienhaus mit diesem herrlichen Garten und du denkst so, ich würde ja am liebsten raus aus da wo, ich würde ja gerne mal so richtig schön, so ein tolles Haus mit Garten. Oder gehst auf den Balkon und auf dem Nachbarbalkon steht die hübsche Ehefrau deines Nachbarn und du denkst so, ich bin so einsam, hätte ich doch auch so eine wunderschöne Frau. Gott möchte nicht, dass wir uns vergleichen Geschwister. Gott möchte nicht, dass wir uns messen an unserem Nachbarn. Gott möchte nicht, dass wir Begierde in uns wachsen lassen über das, was unser Nächster hat. Die Völker um Israel herum, sie hatten einen König. Einen König zum Anfassen und sie wollten auch einen König. Wir wollen auch einen König haben. Die Nachbarn haben auch alle einen König. Wir wollen auch einen König haben, Gott. Und Salomo war total entmutigt und enttäuscht und sauer. Samuel, Samuel, ja genau, Samuel, der Prophet. Und hat es Gott geklagt und Gott sagte, mach dir keine Sorgen darüber. Am Ende geht ihre Rebellion gegen mich. Sie wollen einen König haben und begreifen nicht, dass sie schon längst einen König haben. Wir strecken uns aus, wir schauen auf den Nachbarn und denken, das möchte ich haben und das möchte ich haben und so möchte ich und so möchte ich und wir sehen nicht, dass wir in Jesus Christus alles haben, dass wir reich sind, dass wir gar nichts mehr brauchen. Wisst ihr, derjenige, der Nachbar, der das hat, was du nicht hast, meinst du, der ist zufrieden? Nein! Der schaut zu dir rüber und sagt, das, was der hat, das möchte ich gerne haben. Ist doch irre, oder? Unser Herz muss in Gott Genüge finden. Unser Herz muss in Gott satt und zufrieden werden. Er will unser Ein und Alles sein. Er will uns volle Genüge geben. Und er tut es dadurch, dass wir einfach Frieden in ihm finden. Dass er die Quelle des Lebens, der Liebe ist, die in uns quillt und uns sättigt. Das ist alles ein Trugbild. Du brauchst das nicht, was der Nachbar hat. Aber Israel lässt sich nicht abbringen davon. Wir wollen einen König haben, so wie die anderen auch, wie die Nachbarn. Und dann gibt Gott ihnen einen König. In 1. Samuel 12, Vers 13 sagt Samuel der Prophet Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr den Herrn fürchtet auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn eurem Gott nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Samuel sagt, okay, Gott hat euch diesen König jetzt gegeben, so wie ihr das wolltet, aber er ist weiterhin, Gott ist weiterhin euer Herr. An ihm misst sich, ob ihr Gott wohlgefällig seid, wie ihr euch ihm gegenüber verhaltet, ob ihr ihm weiterhin euch unterordnet und das gilt auch für euren König. Auch der König soll und muss sich Gottes Macht unterordnen. Wenn ihr das tut, dann ist der Herr mit euch. Wenn ihr aber widerspenstig seid, wenn ihr nicht auf seine Stimme hört und nicht nur ihr, sondern auch euer König, dann wird es euch schlechter gehen, dann wird der Herr nicht mit euch sein. Dann wird die Hand des Herrn gegen euch sein. Jetzt lasst uns mal ein paar Kapitel weiterspringen hier in Kapitel 15. Da wird uns dann berichtet, dass dieser König Saul, dass er sich aufgelehnt hat gegen Gottes Wort. In einer Weise, die ja sehr tricky ist, weil er selbst denkt, oder zumindest sagt er das, ich habe doch gemacht, was Gott gesagt hat. Ich habe alles so gemacht, wie Gott es gesagt hat und Samuel sagt zu ihm, nein, du hast es nicht gemacht. Stimmt nicht, du lügst dir selbst was vor. Du hast deinen eigenen Weg gesucht, wie du das, was Gott von dir gefordert hat, durchgeführt hast. Du hast deinen eigenen Weg gesucht, du bist dein eigener König geworden, du bist eigenmächtig gewesen. Autonom, eigenmächtig. Und dann sagt Samuel zu Saul in Vers 23 eine ganz wichtige Aussage, Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Du bist Herrscher über Israel, wenn du mir gehorsam bist, dann bist du ein guter Herrscher, wenn du dich unterordnest, wenn du dich aber auflehnst und eigenmächtig handelst, dann bist du nicht mehr der König, den ich haben möchte, dann bist du verworfen. So ging es Adam und Eva, sie waren Herren über die Schöpfung, sie haben geherrscht über die Schöpfung und Gott hat gesagt, nicht mehr, raus aus dem Garten, ihr seid nicht mehr die Herren, ihr habt euch einem anderen Herrn verschrieben und der ist jetzt Fürst dieser Welt, eigenmächtig, Trotzdem bleibt Gott im Regiment und er sagt, ich habe meine eigenen Ziele, meine eigenen Pläne und wisst ihr, was er gemacht hat in Kapitel 16? Er hat sich einen neuen König gesucht, einen König nach seinem Herzen. Aber der alte König wurde abgesetzt, wurde von Gott verworfen. In Vers 11 von Sprüche 17 heißt es nur Aufruhr sucht der Böse, aber ein grausamer Bote wird gegen ihn gesandt. Hier ist Samuel, dieser grausame Bote, der Saul sagen muss, du bist nicht mehr König. Widerspenstigkeit ist eine große Sünde gegen den Herrn. Ungehorsam, Rebellion, du bist verworfen. So finden wir auch einen anderen grausamen Boten, den Propheten Jesaja. Wir zitieren ihn immer gerne als den guten Boten, der uns die gute Botschaft von Jesus schon im Alten Testament bringt, aber er hat auch einige schlechte Neuigkeiten, in Jesaja 13 zum Beispiel. Und ich fand es interessant, weil das Wort grausam hier auch wieder auftaucht. Jesaja sagt in Kapitel 13 Vers 9 siehe der Tag des Herrn kommt. Der Tag des Herrn, der Zeitpunkt des Herrn. Es muss nicht einfach nur ein Tag sein, es ist ein Zeitpunkt, ein bestimmter Zeitraum. Dieser dieser Zeitraum kommt, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Gott hat sich einen Zeitraum vorgenommen in diesem Zeitlauf, wo er die Sünder austilgen wird. So sagt es Jesaja. Das ist für alle Sünder ist das eine schlechte Botschaft. So wie es hier heißt, ein grausamer Bote, eine grausame Botschaft. Ein grausamer Bote überbringt eine grausame Botschaft. Zorn wird über dich ergehen, du wirst ausgetilgt. Wie auf einer Tafel, wo geschrieben ist, mit Kreide. Die ganze Tafel ist voll geschrieben und du nimmst einen Schwamm und löscht das alles aus. Du wischst das alles ab und nichts mehr ist davon zu sehen. Alles weg. So hat Gott es schon einmal getan in der Flut. Und er hat es getan, um uns ein Zeugnis zu geben, dass er das, was er sagt, auch tut. Er ist nicht der liebe Gott, dieser liebe Großpapa mit dem langen weißen Bart, der sagt, ja, ja, ist schon gut, lass sie mal, die kleinen süßen. Ha, ha, ihr habt so ein bisschen gesündigt, na ja, ist ja nicht so schlimm. Ein Gott ist ein gerechter Gott, er sieht all die Ungerechtigkeit auf dieser Erde, er sieht all die Finsternis, er kennt alles Böse. Manchmal, wir leben manchmal, weil wir als Kinder Gottes leben, erleben wir oft so viel Gutes, wir erleben so ein schönes, gutes Leben, weil Gott uns vor so vielen bösen Dingen bewahrt, weil er uns durch die Gebote, die er uns gegeben hat, durch die Wegweisung auf so guten Wegen führt, dass es uns gut geht. Und manchmal denken wir so, oh Mensch, was hat Gott denn jetzt immer mit der Sünde und diesem großen Gericht und dem Zorn und was weiß ich. Aber Geschwister, wenn wir genauer hinschauen, wenn wir die Nachrichten hören, wenn wir sie nicht einfach nur an uns vorbeirauschen lassen, sondern sie mal zu Herzen nehmen, es ist ja eigentlich was furchtbares, guckst, diese 15 Minuten Tagesschau und du lässt das alles mal an dich ran, dann kannst du die Nacht nicht mehr schlafen, so schlimm und finster ist diese Welt. Was passiert denn alles hier? Wie furchtbar ist denn das? Aus diesem Aufruhr kommt doch all dies Böses, das werden wir gleich noch lesen, was die Menschen so treiben. Gott ist gerecht und er wird Gerechtigkeit schaffen, er wird die Sünde austilgen, er kann es nicht mehr mit anschauen, es kotzt ihn einfach so an, er will das weg haben und deswegen sagt Jesaja das hier auch, der Tag kommt, so wie er schon einmal gekommen ist, wie Gott alles ausgelöscht hat, so wird er die Sünde austilgen. Lass uns das mal lesen, jetzt hier in Römer 1 uns das vor Augen führen, was will Gott da austilgen? Römer 1 Vers 28 oder nee, Vers 18 erst mal, denn es wird geoffenbart oder offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Dann machen wir einen Sprung zu Vers 28 und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Und Paulus deutet das so, das ist schon der Anfang des Zornes Gottes. In unserer Rebellion gegen Gott haben wir uns abgewandt, geben ihm nicht die Ehre, wollen selbst Herrscher sein, wollen eigenmächtig handeln, unser eigenes Ding machen. Aber Gott sagt, okay, dann machen wir. Und das ist der Anfang des Zornes Gottes, dass er uns unserem sündigen Treiben unsere Eigenmächtigkeit überlässt und sagt, okay, dann mach mal. Dann sei mal der Herr deines Lebens. Dann guck mal, wie du das in den Griff kriegst, dein Leben, wie du das zum guten Ziel führst. Dann mach mal. Und so versuchen wir es und stolpern uns was zurecht. Und dann kommt all das hier heraus, was diese Rebellion in sich trägt. Die Rebellion gegen Gott trägt in sich all das, was hier jetzt aufgezählt wird. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List und Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, hochmütige Prahler, Erfinder böser Dinge, wie erfinderisch sind wir, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, Wie oft brechen wir die Treue? Ohne natürliche Liebe, Unbarmherziger, wie unbarmherzig sind wir oft als Menschen? Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Springen wir zu 2. Timotheus 3. Paulus hatte hier über den allgemeinen Zustand des sündigen Menschen gesprochen, jetzt spricht er über die Zukunft, wie sich all das zuspitzt in den letzten Tagen. 2. Timotheus 3, Vers 1. Dies aber wisse, sagt er zu Timotheus, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Selbstsüchtig. Sie werden viel von sich halten. Egoismus. Geldliebend. Ich weiß nicht, dass so ein Werbeslogan, und der ist ja nun schon 30 Jahre alt oder 20, was weiß ich, glaube, 20 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob es den heute überhaupt noch gibt und ob ihr den überhaupt noch kennt, aber mir ist er so im Gedächtnis geblieben. Geiz ist geil. Geiz ist geil. Toller Slogan. Spricht uns total an. Selbstsüchtig. Geldliebend. Dann ist auch Geiz geil. Prahlerisch. Hochmütig. Wie wir es gehört haben. Lästerer. Den Eltern ungehorsam. Gehorsam ist ein ein negatives Wort in unserer Gesellschaft. Also über Gehorsam zu sprechen ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Wie gesagt, die Autonomie des Subjektes fängt schon mit dem kleinen Kind an. Du kannst dem Kind doch nicht sagen, was es machen soll. Es muss doch selber wissen, es weiß doch selber am besten, was gut für es selber ist. Lass das Kind doch machen. Du kannst dem Kind doch keine Grenzen setzen. Den Eltern ungehorsam. Dieses Verständnis für Ordnung, für Unterordnung ist uns völlig verloren gegangen unter diesem Einfluss dieses Denkens. Die Autonomie des Subjekts ist das A und O. Und das siehst du auch in der Gesetzgebung. Es nimmt immer mehr Einfluss in unser ganzes Leben, in unser ganzes Denken. Unter dem Einfluss des Christentums hat unser Grundgesetz diesen Gedanken der Menschenwürde, die unantastbar ist, aufgenommen. Darunter auch das Recht auf Leben. Unter dem Einfluss dieser Freiheitsgedanken, der über das hinausgeht, was Gott uns durch sein Wort gibt, die Freiheit von Menschenherrschaft, aber die Unterordnung unter seine göttliche Herrschaft, machen wir daraus aus dieser Würde des Menschen und dem Recht auf Leben machen wir, die Würde des Menschen besteht in meiner Autonomie, dass ich bestimmen kann über das Leben und den Tod und meine Würde wird gerade darin verletzt, dass ich mir nicht selbst das Leben nehmen kann und deswegen müssen wir ein Recht darauf haben, uns selbst zu töten und wenn wir es selber nicht können, dann muss uns ein fähiger Arzt das Leben nehmen können. Darf das sein? Unter diesem Gedanken, dass meine Menschenwürde daran besteht, dass ich absolut frei bin, es ist natürlich total konsequent, aber dass ein Mensch, der leidet, etwas ganz anderes braucht als jemanden, der ihn tötet, dass jemand, der leidet, Zuspruch braucht, Ermutigung, dass er Stärkung, Hilfe in jeglicher Weise braucht, dass er Liebe braucht und die Liebe nicht darin besteht, ihm das Leben zu nehmen, sondern ihn durchzutragen, ihm zu helfen. Das kann diese Autonomie, dieses Autonomiedenken nicht verstehen. Letztendlich bekennen wir als gläubige Menschen, als Christen bekennen wir, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist und wir ordnen uns ihm unter. Wir sind nicht befugt, einem Menschen das Leben zu nehmen, selbst wenn er das gerne möchte. Sondern unsere Aufgabe ist ihm Mut zum Leben zu geben, ihn in jeglicher Weise zu unterstützen, ihn darin zu stärken, ihm ja auch Erleichterung zu geben, durch alle möglichen Therapien, die man so machen kann. Ja und manchmal, und das ist natürlich die Auswüchse unserer modernen Medizin sind so groß und damit unsere Verantwortung so riesig groß, die können wir gar nicht tragen. Wir können ja einen menschlichen Körper so lange am Leben erhalten und eigentlich ist er schon dem Tod geweiht und manchmal ist es ja ein Segen, dass wir einen Menschen aus der Todes, aus der Todeskrallen herausreißen können und ihm noch einige Jahre schenken können, aber manchmal ist es ja auch nur furchtbar. Lebensverlängerung um der Verlängerung willen, um der medizinischen Möglichkeiten, die man hat und das sind sehr schwierige Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, aber es geht hier um etwas mehr, hier geht es tatsächlich um das aktive Töten, es geht darum, dass du einem Arzt ermächtigst, einem Menschen eine Giftspritze zu verpassen. Das können wir nicht machen, das können wir nicht zulassen, denn Gott ist der Herr des Lebens und wenn wir solch eine Gesetzgebung bekommen, wie es ja in anderen Ländern schon der Fall ist, dann ist es nur ein weiterer Schritt in der Auflehnung gegenüber Gott und der Tag wird kommen, wo das Gott richten wird. Bin hier jetzt ein bisschen abgeschwiffen, also Vers 3, lieblos, unversöhnlich, genau, lieblos sind wir, uns fehlt die Liebe, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, guck mal, hier steht grausam, der grausame Tag ist nur eine Reaktion auf unsere Grausamkeit. Das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Also, das sind die Zeichen einer letzten Zeit und damit wir nicht auf andere schauen, sondern sehen, dass wir selbst damit gemeint sind, sagt Paulus in Titus 3, ein paar Seiten weiter, Titus 3, Vers 3, denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Paulus schließt sich mit ein, er sagt, das sind nicht die anderen, das sind wir. So wie Jesaja das so schön gemacht hat, als er über Jesus, den Leitenden, Jesus sprach und gesagt hat, guck mal, da ist einer verachtet von allen Menschen, ja und wir haben ihn nicht geachtet. Paulus schließt sich auch mit ein, er strebte danach, ein heiliges Leben zu führen, ein reines Leben, ein sündloses Leben, ist das denn so falsch? Ja, er hat dem Urteil Gottes widerstanden, der gesagt hat, alle sind Sünder, alle sind abgefallen, keiner ist gerecht vor Gott, allein durch das Werk des Christus wirst du gerettet werden, allein durch das stellvertretende Opfer des Knechtes Gottes in Jesaja 53 wirst du vor Gott gerechtfertigt werden. Er schließt sich mit ein, einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam. Gibt es denn nur eine schlechte Botschaft? Gibt es denn nicht eine frohe Botschaft? Gibt es nicht das Evangelium? Sind wir nicht Christen wegen des Evangeliums? Natürlich gibt es das. Ab Vers 4 geht es weiter. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien. Und das ist unser Gott. Er ist der gerechte Gott, der den Aufruhr nieder drücken wird, der die Sünder von der Erde austilgen wird. Und doch sind wir doch seine Geschöpfe, sind wir doch seine Kinder. Und er möchte so gerne, dass diese Aufruhr, dass diese Rebellion in uns geheilt wird, dass wir zurückkehren in diese heilsame Ordnung, in diese heilsame Unterordnung unter die Herrschaft Gottes. und das ist das, was uns wirklich frei macht. Unter den guten, den gerechten und barmherzigen König. Er ist unser Rettergott, er liebt uns Menschen, deswegen hat er so viel Geduld, langsam zum Zorn, der Tag des Zorns, er ist immer noch nicht gekommen. so gnädig, so barmherzig, so gütig ist er. Die Menschenliebe unseres Rettergottes zeigt sich in seinem Sohn. Gott war so von Menschenliebe erfüllt, dass er das kostbarste, was er hatte, seinen eigenen Sohn auf diese Erde gesandt hat und ihn eins gemacht hat mit uns Menschen. Er hat unsere Natur angenommen und er ist unseren Tod gestorben. Gott hat Jesus in die Hände von uns sündigen Menschen, uns Rebellen. Er hat den Königs Sohn in die Hand der Rebellen gegeben. Was haben die Rebellen mit ihm gemacht? Sie haben ihn fertig gemacht. Sie haben ihn verspottet. Sie haben ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Sie haben ihn ausgelacht und aus angespiehen. Wir haben das getan. Seine Menschenliebe ist so groß. Er kommt uns so weit entgegen, um sich mit uns zu versöhnen, um uns dazu zu bringen, um unsere Rebellion zu durchbrechen und uns zu bekehren. Und das ist so wunderbar. Denn diese Liebe, die bricht sich Bahn. Sie hat uns bekehrt. sie hat uns zur Umkehr gebracht. Sie hat uns dazu gebracht, ihn anzunehmen als unseren Gott, als unseren König. Wieder zurückzukehren in die Unterordnung. Wieder zurückzukehren in die heilsame Herrschaft Gottes, in das Reich Gottes. Wieder ein Kind werden. Wenn du nicht wirst wie ein Kind, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du nicht umkehrst und zu deinem Vater zurückkehrst und dich unterordnest und einfügst und sein Wort für dich annimmst, dich seinem Wort unterwirfst und das ist es. Es steht an einer Stelle steht ihr seid dem Evangelium gehorsam geworden. Das Evangelium fordert uns zum Gehorsam auf. Es fordert uns zur Unterordnung heraus. Es sagt dir nämlich mein liebes Kind, du bist verloren in deinen Sünden, in einer Rebellion, aber ich habe alles auf mich genommen. Ich habe deine ganze Schuld getragen. Ich habe sie hinweggenommen. Du darfst zurückkehren. Lass dich doch reinigen von meinem Blut. Es fordert zum Gehorsam. Lass dich reinigen. Brauchst du Vergebung? Du bekommst sie gerne. Er will dir vergeben. Komm, lass dir vergeben. Nimm die Vergebung, die Gott dir schenkt, an. Ja, wir müssen was tun. Aber es sind keine Werke, sondern es ist ein Zulassen. Ich lasse Gott machen. ich höre auf eigenmächtig zu sein, sondern ich übergebe ihm die Macht über mein Leben. Und dann soll er es tun. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich kann mich nicht befreien aus dieser Finsternis. Ich kann mich nicht aus dem Tod befreien. Ich bin hilflos ausgeliefert. Aber Gott kann. Er ist mächtig. und ihm will ich die Macht übergeben. Deswegen geht es in der Bekehrung um Lebensübergabe. Ich bin dem Evangelium gehorsam. Ich nehme Gott als meinen Herrn und Retter an. Er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit verbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und möge es so sein, dass wir nicht Kinder sind, die mit Händen und Füßen sich wehren dagegen von dem Vater in die Badewanne gebracht zu werden. Es ist ja so diese kleinen Babys, die sagen, ich bin ich. Wir hatten früher so ein Kinderbuch, da gab es so diesen großen Bären. Oh ja, ich sehe schon, ich habe die Zeit überschritten. Ich kann die Geschichte nicht erzählen, ich muss sie euch anders erzählen. Okay. Also, den Heiligen Geist hat dadurch Jesus Christus unseren Retter reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erbender Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also, die guten Werke sind nicht etwas, wodurch ich meine Rettung erlange, sondern es ist etwas, was folgt, weil ich jetzt einen neuen Herrn habe und er zeigt mir gute Werke. Hinauszugehen auf die Straße, um Menschen die Liebe Gottes zu bezeugen durch Wort und Tat ist ein gutes Werk. Aber auch nach Hause zu gehen, meiner Familie zu dienen, sie zu ermutigen, sie zu segnen, Gemeinschaft zu haben, Gott gemeinsam zu loben und ihm zu danken, für meine Nachbarn zu beten, sie zu segnen. Es sind alles gute Werke, die Gott uns zeigt und in die Gott uns hineinführen will. Er ist jetzt der Herr unseres Lebens. Das ist die gute Botschaft, die wir haben. Und er wird uns vor den kommenden Zorn retten. Der Zorn, der über diese Welt kommt, der Tag 5, sondern dass wir das heil erlangen. In 1. Thessalonicher 4 steht, wie das geschieht. Er wird uns aus dieser Welt herausholen. Er wird uns aus dem Tod, wenn wir sterben, die Menschen, die gestorben sind, im Vertrauen auf Christus, er wird sie auferwecken vom Tod. Und er wird uns alle ihm entgegen ziehen, bevor der Zorn Gottes ausgegossen wird über diese Erde. Deswegen für alle, die in Aufruhr und Rebellion sind, ruft Gott uns zur Umkehr. Lass dich doch versöhnen mit Gott. Hör auf, ein Rebell zu sein gegen Gottes gute Herrschaft. Ordne dich der guten Herrschaft Gottes unter, seinem guten Wort. Lass dich leiten von ihm. So wird kein grausamer Bote gegen dich gesandt, sondern dann ist es gute Botschaft. Dann ist das ganze für dich. Danke Herr, dass du uns diese gute Botschaft bringst, dass wir nicht in Rebellion bleiben müssen gegen dich, dass wir nicht verharren müssen in all den bösen Werken, die daraus entsteht, sondern dass du etwas Neues angefangen hast in uns. Danke für deine Gnade, für deine Geduld, für deine Menschenfreundlichkeit, für deine Liebe zu uns Menschen. Danke, dass du es gut mit uns meinst und schenk du, dass noch viele Menschen diese Gnade kennenlernen. Hilf, dass wir mitwirken daran, dass wir Menschen deine Liebe bezeugen, deine Gnade und dass dadurch viele Menschen zu dir gezogen werden. Herr, aber wir beten auch, komme bald, Herr, denn wir sehen uns nach dem Tag, wo der Fürst dieser Welt endgültig beseitigt wird, wo Gerechtigkeit auf dieser Erde einzieht und stärke du uns darin, zu warten auf dich und mitzuwirken an dem Werk, was du in dieser Welt, in dieser Zeit bis zum Tag des Herrn tun wirst. Jesus, danke, dass wir diese Hoffnung haben. Danke, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns hineingebracht hast, zurück in die wunderbare Herrschaft, in deine Herrschaft. Wir preisen dich und beten dich an, Herr. Amen.